Ich bin gerade zum ersten Mal, seitdem ich wieder mit dem Laufen begonnen habe, auf die Fresse geflogen. Ich habe auch darauf gewartet, schon sehnsüchtig. Ich kann nur von Glück sagen, dass ich nur einige Ausfallschritte gemacht habe. Und dann im Grünstreifen gelandet bin. Ja, es geht gar nichts mehr. Nichts, nichts. Ich kann hier ja mich nicht mal von A nach B bewegen im Haus. Die Beine sind ja jetzt gerade 30 mal spastischer als sie es vorher schon waren. Von den Armen und der Funktionalität meiner Hände möchte ich gar nicht erst sprechen. Ich würde ja drüber lachen, wenn es nicht so dermaßen zum Heulen wäre. Den Sturz vorgestern habe ich einfach nicht psychisch verdauen können. Ich habe ziemlich viel Dramal genommen. Das Ganze noch kombiniert mit Alkohol. Und um mir endgültig das Licht auszuknipsen abends zwei Zeroquil obendrauf als Sahnehäubchen. Ich lag dann aufs Sofa betoniert und war nicht mehr in der Lage mich adäquat zu artikulieren. Nun ja, ich habe das Tronabinol nun abgesetzt vorerst. Ich werde es auch wieder ausprobieren. Aber kann heute zum ersten Mal sagen, dass ich etwas mehr Kontrolle über meine Beine habe. Dass es mir gestern nicht gut ging nach dem ganzen Scheiß, den ich genommen habe, ist kein Wunder. Ich habe auch geschlafen bis zehn. Seit Beginn der Therapiepause tauchen in meinen Träumen immer wieder Szenen auf, die ich nicht einsortieren kann. Ob das jetzt ein Produkt der Therapiearbeit ist, all dessen, was ich gesehen und gelesen habe. Oder ob das, wie angekündigt, diese Erinnerungsfetzen sind. Zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich geträumt, dass mich ein Mann vergewaltigen wollte. Und alles, was ich sah, war dieser Pimmel und der versucht hat, in mich einzudringen. Und ich sah an mir runter und das war der Körper eines Kindes plötzlich. Und untenrum war alles zu betoniert. Und er konnte nicht eindringen, weil ich eben ein Kind war und viel zu eng. Oder heute Nacht, da saß ich am Esstisch meiner Eltern und sah wieder an mir runter und habe auf meinem Bauch eine proportional zum Körper monströse alte Männerhand liegen gesehen, die langsam den Bauch hinabstrich. Und erneut war es kein Körper einer erwachsenen Frau, sondern der Körper einer vielleicht sechsjährigen. Und diese raue Hand fuhr den Bauch hinab, zwischen die Beine. Und ich distanzierte mich von dem Ganzen und fühlte, dass es nichts mit mir zu tun hat, dass ich daneben stehe und eigentlich nur Beobachter bin und zugucke. Und wollte dieses Bild nutzen, um mal mir vorstellen zu können, was das für das Kind bedeuten muss. Und dann habe ich diesen fürchterlichen Schmerz gespürt, der sich nicht in dem, was die Hand der Tat begründete, sondern einfach in dieser grauenvollen Angst. Weil sozusagen aus Spaß plötzlich ernst wurde. Eine fürchterliche Gefahr. Nur so am Rande, jetzt trinkt die Katze gerade. Und dieses Geräusch löst in mir so widerwärtige Gefühle aus. Dieses Schlabbergeräusch. Ich könnte kotzen. Ich kriege neuropathische Schmerzen. Ich möchte mir untenrum alles zunehmen. Ich halte es nicht aus, nicht von an die Katzen zu hassen, obwohl sie nichts dafür können. Es lief fürchterlich los und ich bin dann immer dem Sturz der nach. Aber scheinbar muss ich einen gewissen Knackpunkt erreichen. Und dann geht es einigermaßen. Zwei Kilometer waren es jetzt. Nur jetzt muss ich abbrechen, weil mir extrem kalt ist und die Hände schon wieder blau. Aber sonst... Naja, das zu wissen... Wer macht das mutig, weiß nicht. Wenn ich dann auf dem ersten Kilometer extrem nahe, mit Falten mit meiner Nasenspitze. Im Augenblick gleicht mein Laufstil dem meines Sprinters im Zieleinlauf. Scheiße nur, ich laufe die ganze Zeit so. Und nur ein kleiner Unterschied ist die Geschwindigkeit sicherlich. Ich wurde von einem älteren Spaziergänger-Pärchen grad ganz mitleidig angeguckt und gefragt, ob ich nicht mehr kann. Ja, der fette Klopf kann nicht mehr. Der fette Klopf ist zu müde. In meinem Kopf ein einziger Kampf, eine Diskussion darum, ob ich laufen darf, ob ich nicht laufen darf. Das nervt. Und immer den ganzen Klopf in seiner vollen Pracht. Der geklopft mit seinen dicken Stummelbeinen. Da kriegst du was für dein Geld. Das Trunabinol jetzt mittlerweile auf zweimal täglich drei Tropfen. Und die letzten leiden Tage dachte ich, okay, eine Pause könnte gut tun. Ja, Edge war aber nicht... Ja, es geht tatsächlich noch schlechter. Und heute ist sozusagen so ein noch schlechter Tag. Freude! Hey Süßes! Ich hab's jetzt versucht mit... drei Tropfen Prunabinol-Formlaufen. Und das war ein... Schuss im Ofen. Und statt dass die Spastik weniger würde, wird sie noch stärker. Und jeder einzelne Schritt endete in einem Streckspasmus. Und ich denke, wär ich weitergelaufen, wär ich auf die Fresse geflogen. Vielleicht ist es wieder in der Zeit, mich zu bestrafen, weil ich... Ja, weil ich so bin, wie ich bin und meine Aggression irgendwie nicht im Griff haue. Und dann austicke und ich weiß nicht einmal warum. Es geht schon seit jeher um dieses Nein, um mein Nein und der Missachtung dessen. Ist mir nun irgendwo an irgendeinem Punkt meines Lebens etwas passiert, wo dieses... Missachten meines Neins so gravierende Schäden hinterlassen hat, dass ich jetzt zum Täter werde, indem ich mich und meine Aggression nicht im Griff habe? Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Es lief gestern eben schon sehr schlecht und heute noch schlechter. Gut möglich, dass da noch einiges und näher kommt. Ich könnte die... diese Wut ja nicht aus meinem Bauch rauslaufen. Heute habe ich das... Bruna-Vinol weggelassen zum Mittag. Dafür das Leorizal wieder auf... volle 25 Milligramm hochdobiert. Und eine halbe Dosis Dramal. Und es lief die ersten zwei Kilometer... Katastrophal. Ja, gut, dass ich zu stur bin, um aufzugeben. Jetzt habe ich gerade drei Kilometer und werde noch weiterlaufen, weil... das Wetter soll jetzt umschlagen in Richtung Winter. Und sobald Rollsplitt liegt, ist das Selbstmord. Einen Laufversuch zu wagen. Und gerade will ich eigentlich nur noch nach Hause und mich aufschlüpfen. Es wird immer schlimmer. Es wird zwecklos. Die Tage vergehen und es passiert aber nichts. In irgendeine positive Richtung. Die Beine werden immer steifer und... Ich kann den Pinsel nicht halten. Mein ständiger Begleiter oder... Mein Schatten sind meine Selbstmordgedanken. Muss ich so lange warten, bis ich meine, die MS ist der Grund, dass ich sterben will? Oder mache ich vorher Schluss? Solange ich es selbst noch kann. Immer wieder die Frage, wo ist der Unterschied zwischen... einer... Diagnose, bei der man gesagt bekommt, du hast noch drei Jahre... und diesen langsamen Sterben. Gibt's einen? Ich zarmate mir soeben das Hirn mit der Frage, ob ich laufen kann, ob ich es riskieren kann. Sebastian macht um halb vier Schluss. Fährt anschließend für mich zum Hausarzt, zur Krankenkasse. Ich bin angewiesen, in gewissem Maße ausgeliefert und ich ertrage diesen Umstand nicht. Als ob ich jemals selbstständig, geschweige denn erwachsen gewesen wäre. Es scheint im Augenblick nur zwei Optionen zu geben. Entweder ich zwinge mich zum Laufen oder ich bleibe hier und bringe mich um. eine Überdosis schlucken. Eine Überdosis schlucken. Alle Medikamente, die im Haus sind und davon gibt es einige. Um endlich die Augen schließen zu können, einzuschlafen und dann nicht mehr aufwachen zu müssen. Ich habe das Tramal jetzt eine Stunde vorher schon genommen und fühle mich so, als ob ich betrunken wäre. Das Tragische dran ist nur, dass es gut wie es sich anfühlt. Nur dieser Blitzkrieg, dieser Andauernde in meinem Kopf hört nicht auf. Aber dafür läuft es besser als die Tage davor. Ich habe nun mehrfach zu hören bekommen, dass ich besser, dass ich lebendiger aussehen würde. Wie definiert sich diese Lebendigkeit über im Vergleich zu letzten Jahr zehn Kilo weniger? Was ist das? Es geht mir überhaupt nicht mehr. Gut, es hat sich in meinem Kopf wieder dieser Virus festgesetzt. Ob ich einen Schub habe oder nicht, es bewegt mich im Moment nichts anderes. Die letzten Laufversuche waren alle vergebens. Und ich habe gestern bemerkt, wie taub meine Hände eigentlich sind. In der rechten Hand ständig so ein Gefühl ist, ob es, also ein Zuggefühl ist, ob sich die Finger krümmen müssten und ich kann auch nicht lange malen. Ja, Ursachenforschung, woran liegt das? Immer noch Weihnachten? Habe ich einen Schub? Keinen. Am zweiten habe ich ein MRT, dann wird man es spätestens sehen, ob da einer ist oder nicht. Ich habe von einer lieben Freundin ein Buch geschenkt bekommen, damit habe ich nicht gerechnet. Danke, Kerstin, wirklich, danke. Wege zur Selbstheilung für sexuelles Brauchte Frauen. Ich habe angefangen zu lesen und musste immer wieder abbrechen, weil ich in Tränen aufgelöst war. Das Buch ist so, als wäre es über mich oder für mich geschrieben und das, obwohl ich mich an nichts erinnern kann. Die letzten Kapitel handelten nämlich genau davon an dieses Verdrängen. Und die Symptome, die sprechen alle dafür. Und es wird immer wieder betont, dass wenn eine Frau der Meinung ist, ihre innere Stimme ihr sagt, du wurdest missbraucht, dann wurde sie missbraucht. Und es kam wohl noch nie raus, dass es sich als Irrtum herausgestellt hätte. Also, ja, in meinem Kopf ging gleich wieder die große Datenabgleichen los und ich, ja, das, was ich an traumatischen Erlebnissen zu bieten habe, ist eine Sache, an die ich mich erinnere. Also, ich schätze, ich war neun oder zehn und ich spielte im Flur, im Gasthaus meiner Mutter. Das war der Flur zwischen Gaststube und den Toiletten. Und da kam ein Mann, ich schätze mal so um die 36, 37, aus der Toilette. Und der packte mich, drückte mich ganz fest an sich ran und fing an, mich abzuknutschen, meinen Kopf abzulecken. Ja, ich möchte gar nicht zu sehr ins Detail gehen, um niemanden zu verletzen. Es ist nur Tatsache, dass ich keinerlei Schutz erfahren habe. Ganz im Gegenteil, es hieß dann eher sogar, du musst ja nicht im Flur spielen. Und am nächsten Tag, denn das ist auch ein armer Mann, der hat Kinder und eine Frau. Ja, der arme Kerl. Noch ein richtiger Bestandteil dieses Buches ist, dass, auch wenn der Übergriff noch so banal erscheint, wenn er einem selbst traumatisierend vorkommt, dann ist er das. Punkt. Aber reicht mir das aus? Reicht das? Ich denke, die Bettnässerei und die Sterbefantasien fingen schon viel früher an. Ja. Und das hat mich alles ziemlich mitgenommen. Und ich... Ja, ich... Markus meldet sich nicht. Und... Ich hatte gestern drei Flashbacks. Im Halbschlaf. Einen nach dem anderen. Ich war... Zwanghaft davon besessen, immer auf die Uhr zu gucken. Weiß ich nicht, weil ich es dann in meinen Kalender schreibe. Flashback und dann in die Uhrzeit. Und im Buch werden diese Erinnerungsblitze genauso beschrieben, wie ich sie erlebe. Dieses Gefühl, als ob es einem die Seele aus dem Leib reißt. Als ob die Seele den Körper verlässt in diesem dissoziativen Zustand. Und... Das einem speiübel wird. Ja, gutes Zeichen. Das Buch ist sicher wieder ein netter Trigger. Und... Ich hoffe, es kommt endlich irgendwas raus, bevor ich zugrunde gehe an dieser verschissenen Krankheit. Ich kann nicht mehr. Obwohl ich ganz genau weiß, dass DMS letztendlich irgendwann eine Schutzfunktion für mich hatte. Ich musste ja krank sein, damit man mich in Ruhe lässt. Mein zerfranstes Nervenkostüm erträgt dieses nicht enden wollende Telefonklingeln den ganzen Tag über nicht mehr. Umfrage anrufen, morgens bis abends. Und dabei erwarte ich doch ständig den einen Anruf, dass irgendjemandem was passiert ist und ich bin schuld. Auch der Körper überzogen mit diversen Pils und flechten Erkrankungen dank Gelenia, dessen Einnahme sich zum zweiten Mal jährt. Ich bin ein kaputtes Gesamtkunstwerk. Und je mehr ich in dem Buch lese, desto mehr erkenne ich mich in jeder einzelnen Zeile. Wie kann ich dann nur daran zweifeln, dass mir irgendetwas zugestoßen ist? Als ich gestern so auf der Terrasse saß und die Vögel beobachtete, kam mir die wahnwitzige Idee, die Krampflöser radikal von einem Tag auf den anderen abzusetzen. Das Stronabinol und das Leorizal. Zumal ich gelesen habe, dass das Baclophen mitunter dazu führen kann, dass das Spastigen verstärkt. Ich will nicht zu voreilig sein, aber scheinbar kann ich heute die Beine besser anheben als die Tage davor. Das schreit nach einem Laufversuch. Spaziergang Das Krächzen der Krähen erfüllt die Luft. Im Abendrot singen sie ihre Lieder. Kreisen dort drüben über den Hügeln. Lassen sich auf schlafenden Buchen nieder. Ich halte inne und blicke dann auf ihr allabendliches Treiben. Die Sonne versinkt am Horizont. Auch ich werde nicht länger bleiben. Getrieben von Trauer, gehetzt von Schuld. Hinab in den Schatten, hinab ins Tal. Setze einen Fuß müde vor den anderen. Meinem Schicksal ergeben habe keine Wahl. Die Amseln ringsum erzählen vom Frühling. Mein Weg führt weg von seinem Licht. Hinab ins Tal, hinab ins Dunkel. Dort sehe ich das Leben nicht. Zurück zum Beginn, zurück zum Ende. Verschwinde ich in meiner düsteren Welt. Unerbittlich schließen sich dessen Tore. Die Nacht tritt auf, mein Vorhang fällt. nach Rته. Tschö, die Nacht tritt auf. Nach dem Zeit, dort ist der eine Runde. Ich bin fertig, das ist ein Ring. Die Nacht tritt auf, mein Vorhang fällt.